Ich habe jetzt ein richtig kleines und super schönes Küchenhelferlein für Sie. Sie kennen das vielleicht, die Küchenrolle. Die braucht man, wenn man zum Beispiel nasse Hände hat oder in der Küche mit irgendwelchen Sachen herumhantiert. Nur meistens hat man dann nur eine Hand frei, weil die andere besetzt ist mit Küchenresten und Küchenabfällen. Und dann geht das hier los. Sie kennen das vielleicht. Und genau dann passiert, dass sich die komplette Küchenrolle einmal abwickelt. Viel stylischer und praktischer geht es hier. Mit unserem Küchenrollenhalter aus Edelstahl mit diesem praktischen Abrollstopp. Das sorgt nämlich hier, das ist so eine kleine Kugel, die hält unsere Küchenrolle sicher und stabil fest. Und jetzt reiße ich mir einfach nur ein Blatt ab und schon ist das Ganze viel sauberer. Es sieht natürlich auch edel aus und hält, was es verspricht. Denn hier können Sie auch mal ein Blatt abreißen, wenn Sie nur eine Hand frei haben. So einfach geht es. Ich zeige es nochmal. Einfach hier abziehen und schon habe ich mein nächstes Blatt Papier. Der Standrollenhalter ist übrigens komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Das passt perfekt zu allen Möbeln und ist zudem auch noch besonders hygienisch. Und der Fuß, der ist rutschfest und oberflächenschonend. Der ist mit diesem EVA-Kunststoff unterlegt. Das heißt, hier kann der mir auch nicht wegrutschen, wenn ich wirklich jetzt mal einen Küchenblatt abziehen möchte. Richtig schön gefertigt, richtig toll gemacht. Und das ist wirklich ein kleines praktisches Küchenhelferlein, was in keiner Küche fehlen darf. Denken Sie auch daran, dieses tolle Produkt, aber auch andere tolle Produkte finden Sie entweder unter www.bird.tv oder ganz klassisch über das Satellitenfernsehen oder natürlich auch Kabel. Also viel Spaß hier mit Ihrem neuen Küchenrollenhalter.